hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen video und zwar hat sich der tom aus dem schönen tirol gewünscht dass ich mal zeige wie sich die gozero sherpa 100 ac die ich hier habe diese powerbank wie sich die verhält wenn sie entladen ist und an einem gozero solarpanel und zwar dem boulder 100 briefcase geladen wird das ich hier habe so hoffe man konnte es sehen und deshalb gibt es nun ein zeitraffer video und ich wünsche euch viel spaß unter tom das video ist für dich so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.